Glück ist, es zu schaffen, jeden Tag eine Stunde nur für sich zu reservieren. Es ist wichtig, sich regelmäßig Zeit für sich zu nehmen und Dinge nur für sich und nicht für andere zu tun. Diese Stunden laden einen mit Energie auf und verschaffen einem ein enormes Glücksgefühl. Mach dir immer wieder bewusst, du bist wichtig und du solltest es dir wert sein, dass du dich ausreichend um dich kümmerst. Glück ist, ja, was ist Glück für dich?